so hier sind wir nur am blauen turm kurz auch medzweck gebäude genannt also auch mzg abgekürzt bedeutet hier in diesem gebäude findet ihr verschiedene räumlichkeiten wie zum beispiel ganz viele büros von leerstühlen aber vor allem auch die sogenannten zip pools wo ihr computerarbeitsplätze findet in der fünften bis siebten etage findet ihr viele arbeitsplätze und auch ja wie das büros und den reizten stock hat man einen schönen blick über die stadt also fahrt gerne hoch mit den fahrstühlen hoch in die reizten stock und schaut mal aus dem fenster könnt ihr einen guten blick über die stadt göttingen bekommen